Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Folgendes. Der Sam Fisher, den ihr kanntet, ist tot. Amerika hat ihn umgebracht. Ihm zu viel abverlangt. Es ist einfach zu weit getrieben. Ein besoffener Autofahrer hat ihn getötet. Irgendein Arschloch, das seine Tochter überfahren hat und dann abgehauen ist. Sie war das Einzige. Das Einzige, das ihn zum Menschen gemacht hat. Seine eigenen Leute haben ihn getötet. Ihn auflaufen lassen. Ihm gesagt, dass er seinen besten Freund in irgendeinem ranzigen New Yorker Keller abknallen soll. Irving Lambert starb durch Sams Hand. Und als er starb, starb auch Sam. Er ging und liest Ferd Eccalon und das Leben, das er kannte, hinter sich. Amerika, Apfelkuchen und all den Rest. Er stieg aus und suchte nach einem Grund dafür, überhaupt weiterzuleben. Irgendwann fand er ihn. Er hörte das Gerücht, dass der Unfall seiner Tochter vielleicht gar kein Unfall war. Er hörte einen Namen. Und er wusste, wo er suchen musste. In einem Ort namens Valletta. Auf Malta. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Ein Anruf für Sie. Ihr bitte mit besten Empfehlungen der Anruferin. Sam? Wer ist da? Wie haben Sie mich gefunden? So schlecht bin ich nun auch nicht. Und tu bloß nicht so, als würdest du meine Stimme nicht mehr erkennen. Grim, was zum Teufel willst du? Dein Leben retten. Danach sehen wir weiter. Eine Gruppe von bewaffneten Männern ist gerade beim Markt eingetroffen. Sie suchen dich. Solltest du nicht tun, was ich dir sage, wird das ein sehr kurzes Gespräch. Ich tue gar nichts. Du verrätst mir jetzt erstmal, wie du mich gefunden hast. Wir sind Third Echelon. Wir sehen alles. Sieh einfach mal nach oben. Ich sehe es. Dann kann ich es ja endlich wieder auf sichere Höhe bringen und du kannst abhauen. Hast mir immer noch nicht gesagt, wie du mich gefunden hast. Bewegung. Ich sehe mehrere Gegner, die sich deiner Position nähern. Und du sitzt da auf dem Präsentierteller. Im Markt gibt es ein paar Stände, die dürften dir genügend Deckung bieten. Ganz wie in alten Zeiten, huh, Grim? Ganz wie in alten Zeiten. Hast du was dabei? Ja, aber ich werde bei all den Leuten hier ganz sicher keine Schießerei riskieren. Das ehrt dich. Aber im Augenblick ist meine größte Sorge, wie ich dich da lebend rausbekomme. Sieh zu, dass du zu den Ständen kommst, sonst kann ich dir nicht helfen. Ja, verschwindet! Los, raus mit euch! Er wird schießen! Ja, eine Neibe! Ja, wir sollen verschwinden! Gut, dann wollen wir dich mal näher an die Ziele im Hellen ranbringen. Wechsle von Deckung zu Deckung, bis du den Gepäckstand erreicht hast. Dann kann ich dir vielleicht helfen. Ich bin da. Sekunde. Ich hecke mich ins Sturmnetz und lege die Transformatoren mit einer Spannungsspitze lahm. Dann wird's dunkel. Scheiße, Mann. Schick sofort Verstärkung. Okay? Okay. Na, meine Kleine, was ist los? Ich hab Angst im Dunkeln. Es ist gruselig. Mach das Licht wieder an. Ah, komm schon, Schatz. Es gibt nichts, vor dem man im Dunkeln Angst haben müsste. Manchmal ist Dunkelheit toll. Zum Beispiel, wenn man schlafen will. Ich kann auch mit Licht schlafen. Wenn es hell ist, kannst du nicht sehen, was im Dunkeln ist. Wenn es dunkel ist, siehst du deine Umgebung viel besser. Wirklich? Wirklich. Wenn also ein Monster oder böse Menschen da sind, siehst du sie. Und weil es dunkel ist, sehen sie dich nicht. Aber ich seh dich doch auch nicht. Mach das Licht wieder an. Okay. Ich hab noch was. Eine tolle Sache, die ich dir noch nicht gezeigt hab. Echt? Zeig sie mir. Okay, pass gut auf. Wenn du im Dunkeln bist und deine Augen sich erstmal daran gewöhnt haben, kannst du die Dinge um dich herum gut sehen und alles Mögliche mit ihnen anstellen. Was denn? Wirf mal einen Blick auf dein Mobile. Du kannst es doch gut sehen, oder? Wenn da jetzt Monster drunter wären, mein Schatz, dann könntest du es vielleicht einfach auf sie fallen lassen. Und weg wären sie. Sie wären nicht mehr böse, weil es ihnen auf den Kopf gefallen ist? Ganz genau, Schatz. Daddy, was war da? Daddy möchte, dass du im Bett bleibst, okay? Er macht nur die Tür zu und ist sofort wieder zurück. In Ordnung? Okay, hab dich. Das wär's, Sam. Schön dunkel. So wie du's magst. Wir wissen genau, was du getan hast. Wir kriegen dich! Hümmels Willen! Mist! Was zum... Was ist passiert? Komm raus und halt dich, Drecksack! Hier sieht's aus, Mann. Was Gutes gefunden? Alles Scheiße hier. Du hast die Hütte ausgesucht. Du hast gesagt, das wird ein Spaziergang. Ich hab gehört, dass es hier Orden und so'n Scheiß gibt. Und dass die Alte, die hier wohnt, heiß ist. Sollen wir warten, bis sie nach Hause kommt? Und ein bisschen Spaß haben. Na, Scheiße! Dad, was hast du mit ihnen gemacht, Dad? Sarah, Schatz, nicht hinsehen. Was hast du gemacht, Daddy? Was ist los? Sam, rede mit mir! Sam? Sam, hörst du mich? Mach jetzt bloß nicht schlapp, uns läuft die Zeit davon. Graham? Da bist du ja. Sie haben Verstärkung geholt. Anscheinend ist der Kerl da bei ihnen das Sagen hat unter ihnen. Wenn du's schaffst, ihn zu erreichen, helfe ich dir dabei, ihn zu identifizieren. Wer bezahlt eigentlich diese Gutes? Da haben sich das Geld in der Arbeit. Er zahlt gut. Er ist ein Penner. Ich hab den Knaben identifiziert, Sam. Er heißt Dimitri Gramkos. Ist der Anführer einer Gang, die sich für die unterschiedlichsten Aufträge anheuern lässt. Für wen arbeitet der Mann gerade? Frag ihn doch einfach. Glaub, das will ich tun. Siehst du was? Nein. Nein, Mann. Scheiße. Dieser Fischer ist schlau. Er ist vermutlich längst zum Hinterausgang raus. Wir stehen hier immer noch rum. Oh, nicht. Quatsch. Die Rückseite wird bewacht. Er muss hier entlang kommen. Hoffentlich kommt er, bevor wir eingeschlafen sind. Wo versteckt der Kerl sich noch? Vielleicht beim Schmuckstand? Nee, zu wenig Deckung. Er muss irgendwo hier sein. Vielleicht ist der ganz in der Nähe. Wenn er in der Nähe wäre, würden wir ihn sehen. Ihn abknallen und das Kopfgeld kassieren, das Gramkos demjenigen versprochen hat, der ihn umlegt. Scheiße, oh Scheiße. Fischer! Scheiße! Mach dich fertig! Rein da! Rein da! Zeig sie, du bist verarscht! Okay. Wer ist los? Fischer, kommt hier nicht leben drauf! Fischer, bist du nicht verschwindet! Ich werde... Hey, suchst du Arschlauch mich? Ich fang an, mich zu langweilen. Wer hat dich geschickt? Leck mich! Okay, genug. Du willst wissen, wer mich geschickt hat? Cobin. André Cobin. Handelt mit Drogen, Waffen. Mit allem, was die Leute so wollen. Das reicht mir nicht. Warum will Cobin mich umlegen? Wenn ich rede, tötet er mich. Oh! Ich hab nichts gesehen, weil ich schwer ist! Er saß am Steu. Er hat deine Tochter angefahren. Hat damit angegeben. Hat gehört, dass du ihn suchst und mich bezahlt. Damit ich dich umlege. Solltest ihm sein Geld zurückerstanden. Wo finde ich den Kerl? Du begreifst nicht! Verdammt! In der Stadt, im alten Museum, in der King George Street. Da wohnt er. Es stehen Wachen davor und an den Seiten. Sag ihm nicht, dass du's von mir hast! Warum sollte ich so was Gemeines tun? Von mir hast du's nicht. Aber ich ahnte die ganze Zeit, dass Sam dort landen würde. Alle miesen Geschäfte auf Malta liefen über dieses Anwesen. Es war Cobins zentrale Schaltstelle. Er hatte den Laden in eine Festung verwandelt. Was der Schuppen, um ehrlich zu sein, schon vorher war. Cobin hat dann nur noch ein paar Typen mit automatischen Waffen und nervösen Zeigefingern reingestellt. Doch Sam wusste, dass Cobin da drin war. Und dass dieser etwas über das Schicksal seiner Tochter wissen könnte. Sam würde hineinkommen. Ganz egal wie. Was genau? Das Ausgeben. Unsere netten Abendmacht. Was steht denn für morgen auf dem Programm? Da hat er nicht aufgepasst. Die beiden bescheuerten Leichen so beeindruckt, das war noch gar nichts. Wir haben da hinten die Leiche zwei Leichen in der Halle und so wie er im Augenblick drauf ist, weckt Cobin nicht gerade viel Vertrauen in mir. Lieber du als ich. Oh nein. Den kann ich Ihnen irgendwie. Wegen der Lieferung? Ach, Quatsch. Davon haben wir doch schon sechs abgewickelt. Im kurzen Waffel, die wir brauchen, war aber sehr hart. Wir brauchen einfach alle. Es gibt keinen... Keinen Fogen. Nicht mal ein Faktor. Sollen wir eigentlich mit denen machen? Tragt sie in den Hof und lasst sie von jemandem entsorgen. Das ist immerhin mal eine Ansage. Wer waren die Arschlöcher überhaupt? Keine Ahnung. CIA, KGB, was weiß ich, waren in Russland dabei. Cobin hat sich erledigt. Cobin hat Geheimagenten umgelegt. Wir sind übereindruckt. Wir haben gerade angerufen. Amkos hat es vermaßt. Oh, scheiße. Ob jemand kommt, um nachzusehen, wo sie bleiben? Mann, seid ihr feige. Gab es bei denen was zu holen? Nein, alles mit Fingerabdrucksicherung versehen. Das Zeug lässt sich wieder benutzen. Noch verkaufen. Und an den Nachtsichtgeräten Klipp gehören. Musste das unbedingt sein? Mein Januar. Haltet die Klappe. Ich glaube langsam, dass diese Geschichte für Cobin eine Nummer zu groß ist. Wenn er krepiert, krepieren wir auch. Da gefiel mir... Macht schon. Je eher wir das aufgeladen haben, desto eher können wir es den Amerikanern zum Flughafen bringen. Und abkassieren. Na, wird's bald. Wie sieht's aus? Wir sind schneller als geplant. Aber sag das nicht den Jungs. Schon klar. Was ist in der großen Kiste? Keine Ahnung. Mir egal. Es ist teuer und aus Russland. Mehr brauche ich nicht. Nehmen wir wieder den gleichen Piloten? Den, der die problematischen Ladungen übernimmt? Ja. Cody vertraut ihm. Die Amerikaner anscheinend nicht, dass er eine auskundig um Winde war. Ja, sie schützen ihre Investitionen. Ich will sie in meiner Haut stecken, wenn du weißt, was ich möchte. Ja, ich weiß. Habt ihr das geladen? Check. Und die Kisten? Ja, check. Das Versorgungsmaterial? Check. Und die großen Kisten? Check. Und das hier? Check. Das Zeug? Check. Check. Ich weiß nicht, wie du so weit kommst. Ich weiß nicht, wie du so weit kommst. Ich weiß nicht, wie du so weit kommst. Mach das Licht an. Mach das Gottverdammte Licht an. Mach das Gottverdammte Licht an. Mach das Gottverdammte Licht an. Ich weiß nicht, wie du so weit kommst. Hast du denn gehört? Gut, du wieser Vater drückst dich. Ich bin nicht. Ich hab dir ein Vorschlag. Dann können wir dich hier ausschnellen. Wenn du hier kommt, dann werde ich dich erwarten. Dann mach ich mit dir, was ich mit allem mache, die sich mit mir anlegen. Klar. Und noch was. Deine Tauber vergesst mich. Robin, gib mir eine Belohnung, wenn ich dir den Arsch aufreiße. Hey, Alter. Scheiße. Er ist weg. Das gefällt mir nicht. Bleibt wachsam. Das ist Scheiße, Mann. Komm, bringen wir es hinter uns. Hört auf, die Böse zu lassen. Hört den Alter an. Ich hab... Was? Ich stehe nirgendwo, Scheiße. Es reicht, Drecksack. Zieh dich um, such dir eine Ecke aus. Wir brauchen noch Statuen. Cobin will, dass wir dich erledigen, Fischer. Es geht noch. Ich bin mir, das war. Ich bin mir, das war. Es geht noch nicht. Ich bin mir, das war. Es geht noch. Vielen Dank.